Nicht nur die Berge rund um Seefeld haben einiges zu bieten. Auch im Zentrum sind Top-Events angesagt. Wieder Gestaltsauber am 2. Februar, für welchen die Vorbereitungen optimal im Zeitplan liegen. Man liegt im Zeitplan, wir befinden uns hier gerade im Veranstaltungsgelände im Kurpark, wo hinter uns gerade die Bühne aufgebaut wird. Wir sind extra angereist aus Klagenfurt. Das läuft heute schon seit 8 Uhr in der Früh. Und auch das Wippzelt haben wir schon aufgebaut heute, wo wir sehr viele prominente Gäste erwarten. Ein beheiztes Wippzelt. Und ja, ich glaube, es ist alles im Zeitplan. Gregor Glanz als Hauser hat wieder Top-Name nach Seefeld eingeladen. Der Schlagerkönig von Mallorca, Jürgen Drews, wird ebenso wie Alfons Haider, Ella Endlich, Gary Howard und viele mehr für Stimmung im Wintersportort sorgen. Aber auch der YV-Skifahrenkönig Wolfgang Ambrus, der im Übrigen auch zu Gast bei Christine Wallin im Tirol-TV-Studio ist, steht auf der Bühne in Seefeld. Zahlreiche Fernsehstationen und vor allem viele Besucher werden das Erlebnis des Bergkristalls weit verbreiten. Für Seefeld ist der Musik-Event mehr als positiv. Es ist schön, dass die Veranstaltung eine Kontinuität hat. Wir wollen ja Veranstaltungen, die mehrmals stattfinden hintereinander und Publikum ziehen, beziehungsweise auch die Presse, wie euch auch, mit herbringen. Und von dem her ist es touristisch gesehen ein wichtiges Highlight für den Winter auch. Die Launen Petrus sind bekannt. Ob es am Samstag wirklich zu Schneefall kommt, werden wir sehen. Für die Organisatoren passen Schneekristallerbauch zum Motto. Man spricht von Schneefall, das ist richtig, aber es passt ja zu Kristallzauber, sage ich mal. Besser wie Wiese im Winter in Seefeld. Und ja, gute Schuhe anziehen. Abendmenü, Aftershow-Party und Promis. Auch für den Haussern des Klosterpreuys Alois Seierling ist der Musik-Event eine spannende Herausforderung. Wir sind Teil-Sponsor von der Veranstaltung durch unser Haus, aber wir sponsern jetzt immer für die Prominenz, damit auch die Veranstaltung von unserer Seite unterstützt wird. Und dadurch haben wir auch die After-Party bei uns im Haus. Das heißt, es geht dann hoffentlich bis 6 Uhr früh, wie die letzten Jahre. Und es wird eine relativ lange Nacht und intensives Wochenende, aber wie immer, glaube ich, absolutes Highlight. Der Kristallzauber unter der Devise Gregor Glanz & Friends in Seefeld beginnt um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Alle Höhepunkte sehen Sie dann natürlich auch auf Tirol-TV.